Kannst du nicht mal einfach einen Fehler machen, entklähen und hier am Stoppschild nicht anhalten oder sowas? Wenden. In drei Zügen? Ja. Aber guck mal, hier ist das Wenden. Nein, ich will zum Obi. Wir müssen irgendwie zurück. Ich habe jetzt übrigens ganz viele Blumenkohlpflanzen. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich mit diesem fehlenden Blumenkohl anfangen soll. Die baust du einfach alle an. Dann nimmst du die mit dabei. Wann kommt der? Im Herbst, ne? Kommt der? Der Blumenkohl? Ja. Spätestens hat der Beine, dass der kommen kann. Nee, oder wann ist der reif? Ich will einfach zum Obi. Ich habe hier nämlich auch Gas, Bremse und Handschuhe. Wie heißt das? Handschuhfach. Gas, Bremse, Kupplung. Jetzt muss der Aufgang ran. Jetzt muss ich fahren. Was war denn los? Was? Ich bin... Nee, mach du mal. Ich bin raus jetzt hier. Ach. Nie will er nicht. Ich habe hier rechts. Da kommt noch ein Korb. Mist. Ach. Lass dich nicht verunsichern. Einfach einfach. Prüfung bestanden. Alles richtig gemacht. Aber ich habe es gewusst. Ich habe es auch geahnt. Hast du fein gemacht. Gut. Kommen wir nach Hause? Ja. Aber er hat sich Glückwunsch darf seinen Führerschein behalten. Ja. Und den Fahrlehrerschein auch. Gut. Okay. Nein. Kennst du eigentlich Smart klatschen? Nein. Derjenige, der zuerst einen Smart entdeckt, der darf dem anderen so richtig auf den Oberschenkel halten. Und bei gelben Smarts zweimal. St. Nico. gute literally, liebe organizations wah hier. Alles gut so richtig. So richtig, leuker. Canine. Jason and Rachel. Takk wir mal ein paar G heavier. Denn mitsidir nie und machen. Das und der explic geek. Vielen Dank.